So, wir warten ja alle auf die Aufgaben vom neuen Laternenfest. Ich zeige schon mal die ersten Bilder, die jetzt so langsam durchsickern. Ihr seht schon, die Laternen hängen hier zum Beispiel bei Camp Kattel rum. Da wird bestimmt was kommen, zum Beispiel machen sie kaputt oder aber denkt dran, es gibt ja auch diesen Fotokontest, wo man noch einen Emote gewinnen kann, glaube ich, wenn ich mich nicht verlesen habe. Hier sehen wir auch an der Rennstrecke die Laternen. Also es geht halt wirklich los. Die Laternen auch da und hier seht ihr so sehen die Laternen dann aus. Mal gucken, was da genau von uns zukommt. Ich habe schon die ersten paar Aufgaben so gelesen, zum Beispiel töte mit einem Panzer einen Gegner, mach Schaden. Mal gucken, was uns halt wirklich so erwartet. Also es steht wohl alles in den Startlöchern. Fortnite ist wohl an einigen Mann am Arbeiten, nämlich es sollte auch eine neue Abstimmung reinkommen. Dazu hatte ich eben schon ein Video hochgeladen, aber das Laternenfest steht jetzt wohl wirklich vor der Tür. Sie haben ja auch gesagt, den gesamten April. Der April hat bereits gestern ja eigentlich schon begonnen. Also wir können auf einiges gespannt sein. Das war nur ein kurzes Infovideo. In dem Sinne euch noch viel Spaß beim Level und haut herein.